UNTERTITELUNG Lach durch, ihr Arschlöcher. Und jetzt wär's dran. Na los, Trick. Die Leute wollen ein Monster, vor dem sie sich fürchten, dass sie hassen können. Hör auf! Alle runter! Sie und die Sheriffin haben mit ihren Waffen fünfmal auf ihn geschossen. Wieso ist er noch am Leben? Er ist tot. Im Internet hält man ihn für einen übernatürlichen Geist. Der jedes Jahr an Halloween zurückkehrt. Ich bin nicht gläubig. Das hier ist das absolut Böse.